So, achtes Spiel, ungeschlagen. Du solltest vielleicht mal wetten gehen, weil du kannst die Schalke-Spiele alle, du hast wieder die Tendenz richtig, wieder unentschieden. Aber wie hast du das 1 zu 1 gegen Augsburg gesehen? Unsere Jungs haben sehr gut gespielt, das muss man sagen. Fehrmann hat super gehalten, hat natürlich dann hinten zum ersten Mal in langer Zeit mal wieder einen Klotz gemacht, sage ich mal auf Deutsch gesagt. Und ja, gut, das kann vorkommen, aber er hat natürlich auch den einen oder anderen schon super gehalten. Ich war mit der Mannschaft eigentlich so zufrieden, das habe ich mir auch schon so ungefähr gedacht gehabt, dass das ein Unentschieden wird. Wir haben natürlich jetzt noch ein bisschen Glück gehabt mit dem Elfmeter. War so diesmal so gewesen, dass sie uns nicht benachteiligt haben, sondern bevorteilt haben, weil ich weiß nicht, ob das so ein hundertprozentiger Elfmeter ist, wenn man mit dem Rücken zum Tor steht und man nimmt dann ein Bein hoch und der andere tritt davor. Also ein bisschen Glück. Trotzdem hat die Mannschaft leider es verpasst, da einen Sieg zu holen, weil wenn man gegen zehn Mann spielt, hätte man schon über außen mehr machen müssen, mehr flanken müssen, besser flanken müssen. Man hat viel geflankt, aber man hat sehr aus dem Halbfeld geflankt und ich glaube, Thomas Reiß hat das, glaube ich, auch gesagt, da war er gar nicht mit einverstanden. Und ja, so ist das nun mal. Wenn man die Chancen nicht ausnutzt, dann spielt man unentschieden. Trotzdem eine Steigerung zum Hinspiel, da war es ähnlich. Da hatte man auch den Rückstand aufgeholt, hat dann in Überzahl gespielt, hat er dann verloren. Also da hat man diesmal wenigstens einen Punkt mitgeholt. Warst du überrascht über die Startaufstellung? Rodrigo Salazar, dein Lieblingsspieler, hast du ja schon oft erwähnt, nicht dabei? Dafür Eder Ballanta? Ja, Ballanta hat also am Anfang ganz gut gespielt. Die ersten 30 Minuten war sehr aggressiv, hat also dahinten gut mitgestanden. Aber man hat ja auch gesehen, wenn man mit drei Mann vor der Abwehr spielt, dann passiert natürlich nicht so viel. Aber in der Offensive war auch dann nicht so viel passiert, das muss man so sagen. Ja, dann eben die zwei gelben Karten, die wir gekriegt haben, also Ballanta und Kral, das war natürlich nicht so gut für uns. Weil im Endeffekt zwei defensive Leute, wenn die am Anfang sofort so Karten kriegen, dann muss man ein bisschen vorsichtig sein, dass der eine oder andere nicht runterfliegt. Und man hat den Ballanta ja runtergenommen. Ich weiß nicht, 35 oder 38 Minuten, glaube ich. War auch für mich richtig gewesen, weil das ist ein Spieler, der sehr aggressiv spielt. Und ich glaube, er will auch weiterspielen und deswegen wäre er auch weiter zur Sache gegangen. Und deswegen war das ganz gut, dass man ihn rausgeholt hat. Das zweite Mal übrigens, in der Startelf. Und das zweite Mal wurde er runtergeholt, weil er sonst vielleicht gelb-rot-oder-rot gefährdet war. Ja, das ist so sein Spiel, seine Spielart, die er macht. Klaus Fischer sagte, er arbeitet viel mit den Armen. Genau richtig. Also wenn er hochspringt, dann kennt er keine Freunde. Und wie gesagt, also das war trotzdem richtig gewesen. Aber man hätte natürlich da mit zehn Mann mehr machen müssen. Man hätte besser über Außen kommen können, bessere Flanken reinschlagen können. Nachdem Torodde drin war, war es schon so gewesen, dass wir mit zwei Stürmern, falls wir sie großen Stürmern, doch wenig Kopfbälle gekriegt haben, weil es eben was zum Halbfeld kam. Ist es jetzt die Aufgabe, in der Länderspielpause genau das wieder zu trainieren, von außen die Bälle reinzukriegen, sodass man... Ja, Reiß hat es ja selber gesagt. Also über Außen war er gar nicht zufrieden. Also müsste er dann über Außen schon mal in den Tagen, wo man jetzt... Jetzt haben sie ja drei Tage frei, aber danach werden sie dann wahrscheinlich auch mal wieder über Außen probieren durchzukommen. Ja, ganz klar, Augsburg hat sich in die Mitte reingestellt, war sehr kompakt. Also deswegen waren wir über Außen, hätten wir viel mehr machen können. Aber gut, 1-1 ist besser als zu verlieren, sage ich immer. Und einen Punkt nehmen wir natürlich gerne mit. Solange die Konkurrenz mitspielt, läuft das ja. Aber man sieht ja auch, Bochum, zweiter Sieg hintereinander wieder, die sind erstmal ein bisschen weg. Jetzt haben wir eine Pause und dann kommt Leverkusen hier in die Arena. Ist ja auch nicht ein einfaches Spiel. Nein, Leverkusen hat also eine ganz unangenehme Mannschaft, weil die sehr viele gute Spieler haben, aber auch schnelle Spieler haben. Und wenn wir hier das Spiel machen wollen, ich glaube, das sollten wir lieber nicht machen. Also wir sollten so ein bisschen abwarten. Vielleicht schießen wir ja mal wieder aus einem Nichts ein Tor und dann können wir das eventuell nach Hause fahren. Weil ich glaube, wenn wir hinten aufmachen, gerade gegen Leverkusen mit den schnellen Leuten, die die haben, ich glaube, dann brennt der Baum hier bei uns im Stadion. Und das muss man wirklich sagen. Also wir haben jetzt Pause, aber wir wissen ja heute schon, wie Schalke spielen wird, weil du bist ja das Orakel. Was tippst du denn jetzt mal wirklich? Was ist denn drin gegen Leverkusen? Muss man sich dann wieder mit einem Unentschieden zufrieden geben und sagen, wow, das wäre schon toll? Ja, also ich wäre froh, wenn wir unentschieden spielen würden, weil das eine sehr unangenehme Mannschaft ist, mit schnellen Leuten. Aber Leverkusen ist auch zu schlagen. Auswärts kommen die auch nicht so richtig in die Gänge und deswegen glaube ich, dass wir eventuell eine Chance haben, die zu schlagen. Okay, dann lassen wir das so stehen und reden dann erst nach dem Spiel wieder. Genau so ist es drin. Dankeschön und Glück auch. Alles klar. Ciao.